Kupfung Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Fnaffen Gamer Für uns jetzt eine Demo von 5 knights at Jeffs Greetings to Dark Gamer Salvage A New Game Wie gesagt, unten steht DEMO, also eine DEMO Really? Geh, Geh, Geh Geh, Geh Geh, Geh 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 Geh, Geh Geh Ach, Wie, Wie, Wie schließen die Türen? Wie, Wie schliße ich die Türen? Wenn ich jetzt wüsste, wie ich die Türen schließen soll Da wären mir ja schon geholfen. Aber hier geht ja nichts. Und hier kommt doch keiner. Was? Holy Moly. Habt ihr gesehen? Da war ein Ausrufezeichen. Da muss man auf den... Willkommen bei Rostys Mieser von der Fangames. Wie eigentlich jedes Spiel von dem Entwickler... Schau mal. Really? Oh, es ist... Leute, ich sag's euch. Es nimmt kein Ende. Es nimmt wirklich kein Ende. Es ist... Es ist nicht normal. Wenn man wenigstens die Animatronic sehen würde. Die Animatronic sehen ja lustig aus. Verstehst? Was? Aber... No. Äh, no. Wo ist der andere? Der... Hier, erbt der Blaue. Einer links, einer rechts, oder was? Äh? Ehh? Ähh? Ehh? Wot? Oh... Na, wo ist das rein? Das Spiel. Warum nur so ein Müll? Warum nur? Tell me why. Er kommt schon wieder. Wenn man wenigstens eine Uhranzeige hat, wieviel Uhr es ist, dann sind wir da weg. Das ist doch Schrott. Sag mir wo die Blumen stehen. Ne, sag mir wo die Blumen sind. Wieso? Er steht doch noch da oben. Wenn es jetzt ein Gimmick gäbe. Äh, jetzt kommt er wieder. Bei ihm gibt es gar kein Ausrufezeichen. Ha, verarschen kann ich mir selber euch. Ah, Scheiße. So eine Rotze. Und ich nehme jetzt schon viereinhalb Minuten auf. Er steht eigentlich noch da oben. Und ist aber dann da unten. Der Blaue, da gibt es gar kein Ausrufezeichen. Dann ist ich aber wieder zurück, wenn wir drauf drücken. Ich nehme jetzt, ich nehme jetzt mein Laptop und schmeiße es raus. Ja. Seht ihr? Er steht da oben, ist aber dann da, ne? Und man sieht dann hier, das ist auch... Was hab ich gesagt? Ich hab mich gegrüßt. Bloß nicht. Bloß nicht. Das fahr ich mir noch hier. Ich hab' die Fuggebefahrt. Du. Ja. Es ist Endless Mode, oder was? Es ist Endless Mode. Oder auch so. Ich wollte... Ich hab' geplant, ja. Ich hab' geplant. Ich krieg' ja noch einen Einsprung hier. Verstehst? Ja. Ich hab' geplant. Ich hab' geplant. Ich bin echt eingefriert. Und das fahrrad. Ich hab' geplant. Ich bin richtig schön. Ich bin echt froh. How long? Ne Freunde, auch jetzt. Ne, no, 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 sorry, sorry, no, no, no. Leute, ich nehme jetzt 6,5 Minuten auf. Ich war das noch bis 7 Minuten. Oder so ähnlich. Und dann, dann beende ich das Spiel. Aber sowas von radikal, verstehst? Da kann man nicht sagen, ich spiele noch bis morgen früh, oder was? Bullet in my head, bang, no. Aber im Leben nicht. Ja, kackt man ins Getriebe, verstehst du? Dann kack ich doch lieber in eine Ecke und tanze drumrum. Wie ich sowas noch spielen hier, verstehst du? Hört jetzt vielleicht ein bisschen extrem an, aber ja, was können sie machen hier, verstehst? Nö, nö, nö. Nö, nö. Stopp. 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 No. 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 Longer. No. 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 No.